Guten Abend, meine Freunde, und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Super Mario Kart und auch wahrscheinlich das letzte Mario Kart für diesen Part. Und Stream, meine Freunde. Richtig. So, jetzt sind wir mal gespannt, ob wir den Special Cup auch gleich perfekt schaffen werden, ob wir ein paar Versuche brauchen werden. Ich bin zwar schon geübt in diesem Mario Kart, aber auch diese Runden könnten schwer für mich sein. Bist du mal gespannt? Nein! Oh, leider kein Frühstart. Jaja, fegt euch halt zum Maul. Wir müssen uns da versuchen, um uns zu Besten einzuordnen, ohne dass wir da einen vollenden Mega Crash bauen. What the fuck, jetzt setzt er seinen Stern ein? Also, ja, was ich vergessen habe zu erwähnen bei den ganzen Parts, es gibt Leute, die haben Special Attacken, wie zum Beispiel der Mario und Luigi, die machen Sternattacken. Wenn man die dann berührt, ja, dann ist ja wohl klar, was passiert, dass ihr dann übelst verletzt werdet. Also nicht wundert, dass wir uns da hart erkämpfen für den ganzen Platzen. Ja, wie wir schon sehen, sechster Platz, wirklich... Halt's mal! Wer hat meine Sache gedocht? Das ist nicht für mich schlimm, wenn wir sechster oder so werden. Äh, nein, nicht fünfter meine ich. Oh, verpiss dich, du fetter Idiots! Deine Mutter! Vierter ist auch schon okay. Oder dritter. Hauptsache, irgendwas mit vielen Punkten. Woah, what the fuck. Oh, dieser hässliche Mario. Was jetzt cool wäre, wenn wir jetzt einen Stern oder so bekommen, den wir uns aufhören könnten für die letzte Runde. Oder sowas. Und uns den zweiten Platz super erkämpfen. Ich kann sogar nicht garantieren, ob wir erster werden. Das möchte ich auch jetzt noch nicht herausfinden. Nein, oh Mann! Hey, das gibt's jetzt nicht wirklich hier. Hey, dieser Scheißdreck, ohne Witz. Ah, ich hasse. Verpüsst dich, du Scheißdreck! Junge, verpüsst dich doch! Boah! Piss mich nicht an, Junge! Dritter Platz! Junge, okay, diese Bahn ist einfach behindert. Alter! Ich hätte sogar erster sein können. Nichtsdestotrotz, wir werden mir es trotzdem schaffen, diesen Cup zu gewinnen. Ah, dann geht's mal weiter. Und ihr habt ja schon mal einen coolen Glowander gesehen. Ja. Ist mein Liebling. Pokémon, ever. Aber in dieser Bahn wären wir definitiv erster. Da können wir keinen Schwank wie das Wasser reichen. Außer, was passiert ist. Bis durch. Aber nur, dass es der einzige Kritärpunkt, der passieren könnte, damit ich das nicht schaffe. Ich war nur ein bisschen dumm. Oh, super, ich habe ihn sogar getroffen mit einer grünen fucking Schildkröte. Das ist sogar mehr Glück als Verstand. Ich habe in der Nähe von mir, ich habe ein bisschen gemerkt. Aber hier ist es. Ich habe es noch. Ich habe ihn gegeben. Das war eine gute Aktion. Oh, fick dich ja. Nein, jetzt hab ich geschossen. Ja. Erster, Bitches! Ja! Der Jungen hat's doch noch drauf. Puh! Ja. Der Special Cup. Ist schon was Rutes, ne? Oh, da sind wir auch gespannt, ob er... Ja, die hat's schöne, schöne, schöne Ghostbun. Schade, schon wieder kein Frühstart. Ja, die ist sicher, ich hab irgendwie das Gefühl, wir heben mal diese Schildkröte schön mal auf. Für den Notfall. Nein! Ich bin so weit gesprungen! Oh mein Gott, Alter. Ich bin schneller als die rote Schildkröte gewesen. Fuck, das hab ich grad nicht mit Absicht gemacht. Scheiße, ich war grad wirklich schneller als die rote Schildkröte. Kann mir jemand diesen Fehler mir mal, ähm... Ist okay. Hey, wir sind nur 8er Platz, hey! Hey, aber... Das schaffen wir noch. Ich bin... Der Pro im Mario Kart. Hey, das schaff ich noch. Krieg ich auch endlich mal einen Stern, was mich hier umbringen würde? Oder ein... Oder ein... Was? Was ist das denn, Junge? Ich fang... Fick dich! Fick dich! Einfach, du Hurensohn! Mein Gott! Was soll denn das? Nimm mir nicht die Vorne Mario Kart! Verdammte Scheiße! Nur noch eins! Ist ja klar! Ich bin schneller als die rote Schildkröte! Das ist... Oh, du fetter Hurensohn! Ja, schön! Box mich doch weg! Junge, ich bin nur ein Stück Scheiße, okay? Blöder Wichser, du! Da, ja, schön! So hätte ich es eigentlich sein sollen. Und nicht hier so... Oh, ich bin nur für die Flickhunde! Junge, was soll denn das? Oh, fick dich, Mario! Mario, halt einfach's Maul! Ganz ehrlich! Tu uns allen eine Freude und halt Maul! Gut, Junge! Du scheiß Bitch, Junge! Ich fick dein ganzes Leben! Okay, okay, Junge! Du willst auf's Maul! Okay, mit Geldmützen geht das natürlich... Das ist jetzt ein schlechter Scherz, gell? Jo, das ist ein schlechter Scherz, aber ich kann meinen dritten Platz super gut halten. Ohne, dass ich von jemandem gefickt werde. Haa, du Blöder Wichser! Das überfahre ich dich! Haa, haa, haa! Du Blöder Wichser, überfass mich halber! So, du Bitch, geh ab, Junge! Alter, ja, Mann, ich geb mir noch nen Boxer in die Fresse, damit sie leidet. Ja, Mann, boxt den Mario richtig in den Arsch! So, so kassiert der Junge! Nein! 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 Ich ratte aus! Alter, nee, 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 nee! Bitte, wenn ich Mario Kart... Okay, der zweite ist auch noch okay. Puh, Junge, Alter! Ich hätte schon wieder erster sein können, nur... Was ist dieser Scheißfehler? Junge. Ich reier ja hier gleich mein Arsch durch. Das gibt's doch gar nicht. Hrgh! Hrgh! Es sind aber 18... Gegen 18 Punkte. Oh, meine Freunde. Oh, ja. Leider nichts. Ja, ja, komm, ja, ja, komm, ist doch... Oh, 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 ich hab grad sogar keine Münzen mehr. Du blöder Hurensohn. Hey, 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 hey. Jungs, aber ich schaff das noch auf dem ersten Platz. Oder sag ich mal, dass ich Donkey Kong noch weghaue. Das schaff ich noch. gib mir doch auch mal was ein special item oder sowas was soll denn das da guck schon, zweiter du bitte bitch alle, fack dich mit diesen kleinen hässlichen Pilzen, Junge ich gebe dir einen Pilz what what the fuck wen hat's getroffen, Mario nein du bitte bitch ich würde auch mal Pilzen nehmen und sie schmeißen können oh, ich habe jetzt einen guten Abstand gehabt oh, alter okay, diese Runde werden wir definitiv erster oh, das passiert noch was nein, man, es passiert nichts bitch ja geh doch okay, da gab's einen Runden-Fail 0,72 so schnell war ich also gut zu wissen ach, da ich nicht erster war wahrscheinlich so, meine Freunde jetzt kommt unsere Lieblingsbahn mit noch Spielfiguren also mit, ähm, gegen mit Team also mit Gegner meine ich in dieser Hinsicht, Entschuldigung oh, wen habe ich getroffen? scheiße, jetzt bin ich runtergefallen Junge, ihr seid mir alle zu langsam eh, du benutzt diesen hässlichen Pilz, Junge ich meine Stern Junge, ich bin schneller als du verpiss dich ich bin nur einmal runtergefallen das macht mir gar nichts aus stirb, Schlampe fuck, die ist nicht runtergefallen Junge, da raste ich uns und ich bin bitchin Junge, da gebe ich gar Junge, da habe ich es drauf Bitch da habe ich es nicht drauf und da fahre ich wohl dagegen ich Idiot egal wir haben so einen großen weiten Vorsprung das ist gut Junge, das können wir nicht mehr verkacken und mit diesem Pilz rette ich mich noch falls ich letzter sein sollte oder, sagen wir mal einen unangenehmen Platz Nein wie jetzt zum Beispiel ich bin immer noch erster das ist super alles okay so, jetzt habe ich mich gerettet und jetzt der erste bleibt, das muss ich alles geben oh mein Gott scheiß, ich habe abgeschossen what the fuck nein oh mein Gott oh mein Gott oh mein Gott du Hunde du verfickte Futsche dein ganzes Leben ist scheiße Junge ach, fick ist es nein man wir werden fünfter wir werden fünfter das ist okay aber habt ihr diese scheiß heutzutage gerade gesehen du verfickt mein ganzes Leben zweimal okay wir haben aber noch eine Runde da kack ich ohne Scheiß die hat mir sowas und gerade in meinem Müsli gekackt oh fuck da wollte ich cool sein und sie eigentlich wegbollern aber ging wohl daneben na egal jetzt hören wir mal auf mit der Kinder scheiß das spielen wir mal richtig Junge ich überhole euch alle ihr seid alle so scheiße Junge ich gebe hier Gas nicht du bitte gib mir keinen Stern bitte gib mir keinen Stern bitte gib mir keinen Stern bitte gib mir keinen okay gib mir jetzt auch einen Stern obwohl ne hier wäre ein Stern für mich sowas von relevant ich hasse dich du teilspiel legt mich an mein Schwanz legt mich alle ab Arsch jetzt lass mich doch vorbei du fette Stück Scheiße man dein deinem deine Mutter Junge ich habe mich verfehlt schon wie Alter ich hätte schon längst die ganze Zeit Speed genommen du verfickter Wichser was ist denn das hier ich bin noch nie in dieser verfickten Bein runtergeflogen Alter was ährentiert mich denn so hart Alter fick dich Junge da junge Bitch ich gebe deine Mutter eine Bitches das geht schon nicht Jutro die Runde willkommen wer 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 diese Runde ficken wieder runter Alter dann gib es echt aufs Maul oh meine Fresse letzte Runde okay komm dann gebe ich jetzt mein Bestes Junge ich muss jetzt erster sein das ist meine Lieblingsbahn Alter dann gebe ich Junge da gebe ich jetzt da gebe ich ihr jetzt Junge da gebe ich ihr voll auf die Fresse Mann Ben da bin ich raus Bitch Alter warum bin ich so krassisch Moin Gott da haben wir es auch noch geschafft aber bin ich da noch stolz drauf haben wir es auch noch geschafft cool 36 Punkten leider einmal nicht erster geworden aber immer noch bei meiner Lieblingsbahn noch erster auch wenn man ausrasten tut dass man runterfliegt gehört es voll und ganz zum Spiel dazu Dankeschön dass ihr zugeschaut habt einen Daumen nach oben wenn euch das gefallen hat und wir sehen uns was nächstes mal bei Super Mario Kart dann auch mal mäßh an das auch